Holsteiner Monument eines Vererbers, der Edelschimmel mit Spitzenvererbung, Kaledo, Sohn des Cantus Coriander Roman. 20 Lenz sind taufrisch, mittlerweile dieser kapitale Holsteiner von Cantus Coriander Roman. Direkt auf Roman hingezogen, dieser Ramses. 187 Kaledo-Nachkommen sind in der schweren Klasse, weltweit hoch erfolgreich und seine Nachkommen haben über 2 Millionen Euro, wenn man es richtig zusammengestellt hat, gewonnen. 42 Kürtel-Söhne, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass es keinen Hengst gibt, der mehr für den internationalen Sport geteilt hat, als wir.